So, der erste Punkt beim Edifying, wer ist die Person überhaupt? Wieder als Reminder, weil wir jetzt ein Recording haben, always edify your Upline, edify Events, edify alles, okay, schau, dass du immer alles edifyst, egal wie oft du Einarbeitungen hast, schau, dass du immer dir eine Upline edifyst und dich immer bedankst. So, der erste Punkt ist, wer ist die Person überhaupt? Ja, wer ist dein Gegenüber? Ein Beispiel, wenn ich jetzt Ilya edify, ja, ich sag zum Beispiel, ey, Ilya, musst du dir vorstellen, ist seit fünf Jahren mittlerweile im Unternehmertum tätig. Er hat das Ganze damals gestartet in einer Shisha-Bar, war genau wie du am selben Punkt, hat in einem Dorf gearbeitet. Der zweite Punkt ist, was macht Ilya aus? Was macht die Person aus? Ich sag zum Beispiel, ey, schau mal, weißt du, aber das, was ich an Ilya so sehr schätze, ist, dass er niemals vergessen hat, wo er hergekommen ist. Er ist ein unfassbar bodenständiger Mensch, ist immer für jeden eines der Menschen da und obwohl er so brutale Resultate hat, Step 3, was hat die Person erreicht und du redest nicht darüber, ey, der verdient 2000 Euro im Monat, der verdient 50.000 Euro im Monat, darüber redest du nicht, warum denn? Weil wenn du Menschen sagst, ich hab, wisst ihr was krasses? Alle Prospects, denen ich gezeigt habe, wie viel ich verdient habe, sind nicht gestartet. Alle, for real, alle Prospects, denen ich mal meine Trading Profits gezeigt habe, sind nicht gestartet. Alle Prospects, die bei mir, ich hab in den letzten zwei Jahren, glaube ich, über 120 Assinen eingeschrieben. Und von mir sind Leute, ich hab keinem einzigen gezeigt, wie viel Geld ich verdient hab. Niemals. Und niemals erst gesagt. Weil ich Angst hatte? Nein. Aber Leute sind wegen Tarek gestartet. Nicht wegen P2K. Nicht wegen Demokonto, Funnetkonto, whatever. Weißt du, was ich meine? Deswegen, schau mal her. Red niemals über das Einkommen. Weil wenn Leute wegen dem Einkommen starten, dann werden sie auch wegen dem Einkommen quitten. Weil wenn ich dir sage, wir sind mal komplett real, schau mal her. Wo ist es? Wozu Hölle? Ist es, guck mal, wozu Hölle? Ist es realistisch, nach wie viel? 18 Monaten, 5-stellig im Monat im Network zu verdienen, passiv, Tausende vom Partner zu haben und im Trading 6-Figure zu gehen. Wo ist es realistisch? Gar nicht. Es ist unfassbar unrealistisch. Du gibst aber der Person eine falsche Erwartungshaltung mit, wenn du über das finanzielle, wenn du über das Materialistische redest. Mach es nicht, okay? Simple Sache. So, das heißt, was hat die Person erreicht? Und du sagst zum Beispiel, Ilya musst du dir vorstellen, mittlerweile, er ist an deinem Punkt wichtig, Tonalität ist ein sehr wichtiger Punkt. Schreib dir auch unter dem dritten Punkt, kleine Unterstichpunkte, okay? Tonalität, so ein wichtiger Punkt, dass du die richtige Tonalität mit einbringst. So eine wichtige Sache. Du musst dir vorstellen, Ilya selber hat ein Team von über 4.000 Menschen mittlerweile. Michelle, wenn du ein Team hättest von 4.000 Menschen, von jetzt auf gleich, wie würdest du damit umgehen? Ja, ich war überfordert. Der Mann ist 23 und hat so eine große Verantwortung von 4.000 Menschen. Du musst dir vorstellen, dass mittlerweile, er ist zeitlich und geografisch und finanziell an dem Punkt, wo ich wirklich hin will. Und er ist mittlerweile sogar nach Dubai ausgewandert. Er ist damals in der Eifel gestartet, er ist nach Dubai ausgewandert mittlerweile, lebt mit seiner Freundin gemeinsam und inspiriert Menschen tagtäglich, spricht auf Bühnen vor Zehntausenden von Menschen, vor Tausenden von Menschen. Menschen nennen ihn eine Inspiration und Menschen sagen, wegen ihm durfte ich mein Leben verändern. Er ist Go-Life-Educator, whatever. Dritter Punkt, was er die Person erreicht. Der vierte Punkt, Exklusivität. Ich sag, ey, schau mal, aber ich bin dir ehrlich, du hast gerade gehört, was Ilya erreicht hat. Ich glaube, wir beide wissen noch, er hat nicht viel Zeit. Ich bin ehrlich, ihn zu organisieren war nicht so leicht. Und ja, auch wenn es leicht ist, mir was in den Kalender einzutragen, wenn wir aber ehrlich sind, ihr seht, mein Kalender ist voll. So, das heißt, wenn der Kalender voll ist, ist es auch nicht leicht, mich zu organisieren. Weil wenn ein Fremder auf mich zukommt und mir sagt, Tariq, wann hast du morgen Zeit? Und ich ihm sage, ich habe morgen nur noch um 18.30 Uhr, um 6.00 Uhr gedacht, er hat einen gescheißen, was machst du? Weißt du, ich meine? Sagst du was? Ey, du musst, Ilya hat nicht viel Zeit. Und er sagt dir eine Sache, draußen gibt es Tausende von Menschen, die sich wünschen würden, mit ihm jetzt in so einem Gespräch zu sein. Deswegen, was ich dir wirklich mitgeben kann, Michel, bedank dich bitte bei seiner Zeit, okay? Kannst du das von dir erwarten? Sagst du was? Kann ich das von dir erwarten? Ja, kannst du. Okay, cool. Schau mal her. Und der fünfte Punkt ist Energy, aber das hängt ja mit allen anderen zusammen. Der fünfte Punkt ist Energy. Bam. Okay, cool. Ich hole die mal ganz kurz dazu. Ilya, komm rein. Oder dich in dem Fall. So, und jetzt kann ich dir erklären, welche Punkte du auch zu mir sagen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, wer ist Tariq? Tariq hat das Ganze damals mit frischen 18 für sich losgelegt. So, damals, kann Sport, Fußball gespielt, im Abitur, das Ganze neben seinem Abitur aufgebaut, obwohl er keinen einzigen Cent hatte. Zweiter Punkt, was macht Tariq aus? Das kannst du selber entscheiden, was mich ausmacht. Der dritte Punkt, was hat Tariq erreicht? Du musst dir vorstellen, er konnte mittlerweile hunderte Menschen verhelfen, sich ein eigenes Business aufzubauen, für gerade eine größere Organisation und macht das Ganze hier mittlerweile Vollzeit. Ist zeitlich und geografisch komplett frei und hat auf Bühnen gesprochen von so, so vielen Menschen, war auf Touren gewesen, konnte einige Länder bereisen, whatever, erzähl sowas, okay? Resultate, der dritte Punkt, was hat er erreicht? Der vierte Punkt, Exklusivität und der fünfte Punkt, Energy. Energy, das ist das Edifying, guys. Das ist das Edifying, eine ganz simple Sache, okay? Ist nicht kompliziert. Einmal die Hand nehmen, wenn es simpel war. Nichts kompliziert ist, oder? Ich kann verdursten. Keiner weiß. Also guys, im Endeffekt eine simple Sache, okay? Das heißt, fünfter Punkt, Energy. Und so ist das Edifying aufgebaut. Oftmals machen wir aber den Fehler, wir haben ein bisschen die Handbremse drin, wisst ihr? Also wirklich, wir haben ein bisschen so diese Handbremse drin und wollen nicht komplett eskalieren beim Edifying, weil wir schon so eine Ebene aufgebaut haben in diesem First Call. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Jetzt hast du das Thema First Call. Eine unfassbar wichtige Sache. Meistere diesen Skill. Der First Call ist dein Fundament für alles. Wisst ihr, wie ich meine First Calls mache? Ich werde auch gleich meinen aufnehmen. Da kann ich auch das Recording in die Gruppe schicken. Leute, versuche meine First Calls. So, ich rufe die Person an. Und Punkt, wichtig, schreib es hier auf. Niemals, niemals auf eine First Call verspäten. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich erinnere mich, ich habe gestern auf einem Leader Call gespeaket, bei einem Leader. Und bei diesem Leader Call hat er mir den Link 3, 4 Minuten später gestellt. Er meinte, komm erst 6, 7, 8 nach rein. Und ich bin trotzdem schon mal reingegangen vorher. Weil ich wusste, okay, da sind wahrscheinlich nicht alle pünktlich. Und auf dem 20%-Core bei ihm waren die Leute nicht pünktlich. Die kamen 1, 2 Minuten später rein. Und dann hat er gesagt, ey Leute, wenn ihr nicht pünktlich seid, wird euer Team auch nicht pünktlich sein. Achtet drauf. Er hat recht. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich hatte mit ihm eine Woche vorher einen Call gehabt. Er kam auf mich zu. Meinte, können wir callen, Bro. Er hatte Fragen gehabt. Und bei unserem Call hat er sich 3, 4 Minuten verspätet. Und ich musste ihn an den Call erinnern. Lustige Story. Was habt ihr gemerkt? Dein Team macht das, was du tust. Ich habe mich nicht gewundert, dass das Team zu spät kam. Weil ich wusste, er kam auch zu spät. Er hat sich entschuldigt. Definitiv. Aber Guys, habt ihr mal gesehen, als ich mich auf dem Team Call verspätet habe? Niemals. Ich war immer auf dem Team Call pünktlich da. Ich hatte immer meine Kärmern gehabt. Und wenn nicht, habe ich mich abgemeldet. Ich habe bis heute noch nie auf einem Team Call gefehlt, bei dem ich hätte drauf sein können. Ich habe bis heute noch nie auf einem Event gefehlt, abgesehen von Houston. Aber da war ich erst mal einen Monat am Start. Ich habe bis heute noch nie auf einem Event gefehlt, wo ich dafür qualifiziert war, dabei zu sein. Eine ganz simple Sache. Das will ich dir genauso mitgeben. Bisschen ausgeschwiffen. Aber wir wollen zum Thema zurück und zwar zum Thema Pünktlichkeit. Sei beim First Call pünktlich. Warum denn? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du heute, wenn du die Person fünf Minuten später anrufst und morgen beim Follow-up die Person, die um 30 sagt, ey, ich kann erst um 35, gib mir noch fünf Minuten. Wie würdest du der Person sagen, hey, meine Zeit ist wertvoll? Die Person würde sagen, hey, du warst ja gestern auch zu spät. Was ist los mit dir? Weißt du, was ich meine? Simple Sache. Sei pünktlich bei deinen First Calls. Auf die Sekunde genau. Wir haben 30, ruf die um 30 an. Egal, was du machst. Du rufst die Person um 30 an. Simple Sache. So, wie mache ich meinen First Call? Ich gehe in den First Call rein. Ich gebe dir nur kurz einen Ablauf mit. So, ich gehe rein. Ich sehe, der geht ran. Alright, what's up? Alles fit bei dir? Ja, mir geht es wunderbar. Und dir? Ja, wie geht es? Echt sehr gut soweit. Echt den sehr nächsten Tag gehabt. Einiges erledigen können. Echt produktiv gewesen. Wie lief dein Tag? Ja, produktiv oder ein bisschen schleppend? Ja, produktiv eigentlich. Okay, was hast du denn so gemacht? Ja, im Gym gewesen. Und, ah, warst du heute dran? Ja, heute Brust und Trizeps. Gerne, also morgen Muskelkater. Ja, safe. Easy. Fangen hast du da. Okay, cool, aber was hast du sonst heute so gemacht? Also, warst du nur wegen dem Gym produktiv? Nee, ich war arbeiten. Okay, was machst du denn genau? Ja, bin Industriemechaniker. Ah, nice. Aber, warum das? Also, wolltest du das so unbedingt zu deinem Traumjob? Oder bist du einfach nur reingerutscht? Ja, ich bin einfach nur ein bisschen reingerutscht. Okay, cool. Ja, aber ich war damals am selben Punkt wie du. Ich meine, ich habe damals mein Abi gemacht, weil, kein Plan. Jeder hat es einem erzählt. Vielleicht kennst du es selber. Mach das einfach mal hier. Weil das Umfeld dir das sagt. Aber du wusstest es auch nicht besser. Aber, mich würde das echt interessieren, Raul. Was ist denn der Grund, warum du dir das online was aufbauen willst? Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang da zu arbeiten. Keine Ahnung, ich wollte mehr reisen, unabhängig sein, bla bla. Erzähl dir deine Ziele. Ey, cool. Ey, fühle ich. Ich war am selben Punkt wie du. Weißt du, ich stimme der Person zu. Ey, fühle ich. Ich war am selben Punkt wie du, musst du dir vorstellen. Schau mal, ich bin da damals auf eine coole Möglichkeit gestoßen. Aber damals für mich war der Punkt, ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich war im Abi. Ich konnte es mir halt nicht vorstellen, die nächsten 50 Jahre lang arbeiten zu gehen. Ich denke, du warst wahrscheinlich genauso, oder? Ja, safe. Konnte ich genauso wenig. Ja, ich meine, bei mir war der Punkt, ich habe eine alleinsteine Mutter, ich habe drei kleine Geschwister. Und ich kenne es halt, jeden Euro und jeden Cent immer wieder umzudrehen. Und ich bin halt ehrlich, es ist nervig auf langfristiger Basis gesehen. Weißt du? Deswegen, ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte reisen. Ich denke, du bist auch ein Fan von Reisen, ne? Ja, ja, safe. Okay, cool. Was sind deine Reiseziele? Ja, ähm, Amerika. Ey, ich war im Januar in Miami gewesen. Echt? Ja, schau mal, ich schicke dir mal kurz ein Reel. Ey, musst dir vorstellen, wir haben um 18... Schick sowas gerne, weißt du? Ey, wir haben um 18 Uhr. Du kannst doch gerne mich nutzen. Weil wenn du nicht meinst, dann schick gerne von mir das Reel. Sag, hey, Momentum, mit dem ich Hand in Hand arbeite, der war im Januar in Miami gewesen mit seinem Geschäftspartner, weißt du? Ich erzähle dir mal, ey, wir hatten 18 Uhr, dort war Sonntagang am Miami Beach. Ey, wir hatten keine Calls gehabt. Wir haben Fußball gespielt. Ich war mit den Leuten bei mir aus dem Team mit meinen Freunden. Und da war so ein geiler Sonntagang. Schau dir mal das Reel an. Oh, wie geil. Ja, safe. Findest du nicht, dass man im Leben zu mehr bestimmt ist? Ja, klar, 100%. Ja, ey, fühle ich. Weil ich finde, das Beste, was man in Deutschland machen kann, ist auswandern, oder? Und da lachen die immer ganz kurz. Find immer diese 1, 2, 3 Jokes, die du immer verwenden kannst, wo immer jeder lacht. An die, die meine Präsentation kennen. Ich sage zum Beispiel, wer hat hier ein iPhone? Alle heben die Hand. Okay, in meinem Bad sind alle, die kein iPhone haben. Und da lachen die Leute. Oder an dir, die keinen iPhone haben, kauf dir eins. Und da lachen die Leute. Habt immer diese Witze drin. Weil das bringt Charisma rüber, weißt du? Selbliche Sache. Charisma. Ich muss charismatisch sein. So. Okay, cool, ey. Ich wollte auch reisen. Aber Raul, mich würde auch interessieren. Was hast du noch für Ziele im Leben? Was sind noch Dinge, die dir wichtig sind? Ich will finanziell frei sein. Ich will auch genau wie du meiner Mutter was zurückgeben. Keine Ahnung. Ich wollte auch mal von zu Hause aus arbeiten. Unabhängig sein. Whatever. Okay, aber wieso hast du deine Ziele bis jetzt nicht erreicht? Also, warst du einfach nur zu faul? Oder hast du nicht den Weg gefunden? Oder bist du von beidem? Und jeder sagt, ein bisschen von beidem. Keiner weiß, was er tun soll. Und weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, sind sie zu faul zu suchen. Das ist bei jedem so. So. Und wenn Leute sogar sagen, schau mal, daran merkst du, was ein Typ Mensch ist. Wenn eine Person zum Beispiel sowas sagt, dann merkst du, die Person ist ehrlich. Und die Person ist auch zuverlässig. Wenn die Person aber sowas sagt wie, ja, ich habe nicht so die Zeit gefunden und so weiter und so fort, dann merkst du, das ist ein Typ, der ist weniger zuverlässig. Und er hat auch mehr Ausreden. Und das ist eine simple Sache. Das ist gut, psychologisch dann da. So. Aber er sagt dann der Person im Endeffekt, ich komme mit ihr. So. Und dann sage ich, okay, kein Weg gefunden. Ja, cool. Ich war damals am selben Punkt wie du. Ich bin damals auf einen Typen gestoßen. Kennst du mal einen Jeet? Und dann sagt jeder immer, hör, wer ist das? Und dann sage ich immer, den siehst du überall auf TikTok mit seinem Vater die ganze Zeit. Und dieser Typ, der 20 ist und Multimillionärmisch und Dropshipping. Und dann sagt die Person, ah, der, ja, kenne ich, safe. Okay, cool. Ich sage, okay, ich bin damals auf ein Video von ihm gestoßen. Und ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, mich weiterzubilden, persönlich auf ein neues Level zu kommen. Ich habe angefangen, an mir zu arbeiten. Ich weiß nicht, was hast du schon bis jetzt für deine Ziele getan? Ja, eher weniger, okay. Aber ich habe, ich gehe in den Gym. Ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Weil damit zeigst du mir, okay, du hast Grunddisziplin vorhanden. Aber ich würde dich selber interessieren. Und wichtiger Punkt, guys, ein First Call geht bei mir 10 bis 15 Minuten. Bei dir kann es auch 20 gehen. 30 ist meiner Meinung nach zu viel. Bei dir kann es aber auch 20, 25 Minuten gehen. Weißt du, was ich meine? Also im Endeffekt, da gibt es keine goldene Mitte. Es soll natürlich nicht 5 Minuten gehen, weil das ist ein bisschen zu kurz. Der Punkt ist aber halt, schau mal, du wirst irgendwann merken, es kommt zu einem gewissen Punkt, wo das Gespräch kurz davor ist, cringe zu werden, weil das Gespräch ausgeht, also die Gesprächsthemen. Kennt ihr das? Diesen kurzen Punkt. Und genau da, okay, cool, Max, aber ich weiß nicht, hast du denn schon einen Weg gefunden, deine Ziele zu erreichen? Und jeder sagt, nein, weil sonst wären wir ja nicht in dem Gespräch drin. Jeder sagt, nein, eigentlich nicht. Ihr sagt, okay, cool, schau mal, du wolltest ja auch immer wissen, was ich mache. Wenn ich dir mal ein Video zum Ganzen zukommen lassen würde, denkst du, bis morgen hast du es geschaut? Ja, safe, habe ich. Okay, was passt dir morgen besser? Mittags oder abends? Dann können wir uns gemeinsam nochmal hinsetzen und über das Ganze mal quatschen. Ja, mir passt abends besser. Okay, 20 oder 23 Uhr? 23 Uhr. Okay, cool, ey, trag sie gerne ein, ich bin ein sehr großer Fan von Zuverlässigkeit. Was ich mitgeben kann, ich lasse dir gleich meine Webseite da. Sag nicht eine, sag meine Webseite. Ich lasse dir gleich meine Webseite da, dort hast du alles genau erklärt. zieh sie gerne rein, mach dabei Notizen und schreib dir auch Fragen auf, wenn was offen sein sollte. Dann hören wir uns auf jeden Fall morgen nochmal, okay? Ja, klar, 100%. Manchmal von 10 Leuten fragen zwei, drei Leute am Ende, da kommen nur zwei Fragen auf. Ja, entweder, wie hast du mich gefunden? Simpel. Oder Leute sagen im Endeffekt, was machst du denn genau? So, wenn Leute fragen, was machst du genau, dann sage ich nichts mit Online-Schule. Wichtig, nichts mit Online-Schule sagen. Du sagst einfach, schau mal her, ich habe vor sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahren, achten, weißt du, ich habe vor zwei Jahren angefangen, mehrere Startbeine im Online-Bereich aufzubauen. Sei es im Bereich Trading, sei es im Bereich Dropshipping, Marketing ist da alles vertreten. Aber ich denke doch, dir jetzt alles zu erklären, Max, wie das ein bisschen in den Rahmen springen, oder? Ja, klar. Okay, cool. Ich lasse dir doch eh kurz meine Webseite da. Da wird doch alles genau erklärt und dann sprechen wir uns morgen nochmal, okay? Wunderbar. So, jetzt stell dir mal vor, eine Person sagt, hey Max, aber eine Frage ganz kurz, wo hast du mich denn gefunden? Ich sage, ey, ich bekomme das alles, du bist nicht der Auserwählte. Ich gehe einfach ab und zu auf Menschen zu und gebe ihnen die Möglichkeit, mir Handen an zu arbeiten, weil es einfach eine sehr geile Opportunity ist. Ich habe es wahrscheinlich schon in irgendeinem Account oder eine Seite gefunden, weißt du? Okay, ja, safe. Das sagen die Leute meistens, okay, ja, okay, easy. Ey, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen auf jeden Fall mal besser, mach den noch einen spannenden oder meine Beste, mach den spannenden Tag und bis morgen dann, okay? Ciao, ciao. Fertig. Und du schickst in der selben Sekunde den Link raus, bam, finito, fertig. Dann gibt es gar nichts mehr. So sind meine First Calls aufgebaut. Sind wir ehrlich, guys? Es ist unfassbar simpel, oder? Es ist unfassbar cool. So, natürlich, beim Storytelling, ich bin jetzt, ich habe den Call nur sehr grob angeschnitten. Natürlich, ihr habt es gemerkt, ich frage die Person ein bisschen aus und ich erzähle ein bisschen von mir, wisst ihr? Das heißt, ich spiele ihm den Ball rüber, der kommt dabei wieder zurück und ein bisschen eine Assoziationskette. Ich mache ein bisschen von ihm, ein bisschen von mir. Ich kombiniere beides und ich erzähle zum Beispiel, hey, ich habe das Ganze vor zwei Jahren losgelegt. Ich lebe jetzt seit einem Jahr vom ganzen Hauptberuflich. Für mich war es immer wichtig gewesen, immer selber meine Zeit einteilen zu können und entscheiden zu können, wann ich was überhaupt tue, wisst ihr? Simple Sache. Also erzähle ein bisschen eure Story. Zum Beispiel, Max kann sagen, hey, ich habe das Ganze für mich vor knapp roundabout. Lass mich nicht lügen. Also Max kann sagen, hey, ich habe das Ganze für mich vor roundabout. Lass mich kurz nachdenken. So, ich habe gerade was anderes gesagt, wegen deiner E-Mail, bro. Eine andere Sache. Ich war gerade, komme ja woanders, aber da passt alles, bro, ich bin ja schon dahinter. Daran habe ich mich gerade wieder erinnert, wegen deiner E-Mail, wegen Payment Options. By the way, guys, Dortmund ist in den Chat für Max, brand new P150, P6 loaded up in the next two weeks, P600. Das ist das Ding, guys. Aber, Freunde der Sonne, so, wir fangen jetzt hier an. So, im Endeffekt, wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Wieder up to date bringen. First call, okay, first call, jetzt lass das Video da. Montag, keine Ahnung, guys. Ich hab keinen vergessen. So, am Ende kommt oftmals auch dein Wand, vielleicht kannst du einer reinschreiben, wo ich gerade war. Am Ende kommt vielleicht dein Wand. Hey, ich habe morgen keine Zeit. Wichtige, hey, ich habe morgen keine Zeit. Ich könnte aber am Freitag wieder, und heute ist Montag. Du wolltest zum Beispiel von Max machen. bei Storytelling. Ah, danke dir. Genau, danke dir. Max, ich kann sagen, ey, schau mal, ich mache das Ganze schon seit sechs Monaten. Ich konnte in diesem Zeitraum sehr, sehr viele Menschen kennenlernen, konnte mich persönlich sehr stark weiterentwickeln. Bin gerade dabei, mir noch ein Nebeneinkommen auf jeden Fall aufzubauen in mehreren, in mehreren Bereichen. Habe auch schon einige Investments getätigt und bin auch persönlich auf ein neues Level gekommen. Bam, wisst ihr? Du musst nicht das größte Einkommen haben. Du musst ein Alpha-Networker sein. Ein Alpha-Networker ist nicht Alpha wegen seinem Einkommen. Ein Alpha-Networker ist ein Alpha, weil er weiß, wer er ist, was er hat und wohin er will. Das ist ein Alpha-Networker. Er ist davon überzeugt, wer er ist, was er hat und wohin er will. Ich bin davon überzeugt, eine Person, die heute bei mir startet und drei Monate lang am Start bleibt, ist bestens positioniert. Bestes Beispiel ist Rudi. Sobald Max, P600 und P1K und P2K geht, Rudi hat jetzt schon bei sich knapp 15 Teampartner. Jetzt schon. Rudi hat bis jetzt keine einzige Person gestartet. Hat trotzdem 15 Partner bei sich. Wisst ihr warum? Weil Rudi vor fünf Monaten als erstes gestartet ist von allen anderen. Als erst gestartet ist. Wisst ihr? Rudi ist positioniert. Ich weiß, wenn eine Person bei mir startet, ich mache sie erfolgreich. Diese Überzeugung brauchst du auch von dir selber. Aber wieder zum Thema zurück. So, First Call. Ein Einwand, der auf dem Fall kommt ist, ja, ich kann morgen nicht. So, ich erkläre dir mal, wie du jetzt, wie ein Alpha die Einwände behandelt. Hey Michelle, morgen, ey, leider kann ich morgen nicht, weil ich arbeite morgen. So, dann würde ich sagen, hey, cool, okay, bis wann arbeitest du denn? Oder von wann bis wann arbeitest du denn? Ja, ich arbeite von, keine Ahnung, von 15 bis 23 Uhr. Okay, ich arbeite von 15 bis 23 Uhr Spätschicht. Okay, cool. Das heißt, eigentlich könntest du ja doch vor 15 und nach 23 Uhr, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ich bin dann vielleicht mit meiner Mutter. Ja, aber ich denke doch schon, ich meine, ganz kurze Frage, ich denke deine Ziele sind dir auch wichtig, oder? Ja, klar, 100%. Und ich denke, für dich ist es ja auch wichtig, diese Ziele in Erfüllung zu bringen, oder? Ja, 100%. Denkst du nicht, dass du dann morgen innerhalb von 24 Stunden mal 20 Minuten hast für deine Ziele? Doch, eigentlich schon. Okay, cool. Passt dir morgen um 10 oder um 12 Uhr besser? Um 12 Uhr passt mir. Kann ich da wirklich auf dich verlassen, Michelle? Ich bin kein Fan von Spontanität. Ja, klar, kannst du. Fertig. Habt ihr gesehen? Ich habe ihn nicht beleidigt. Einfühlsam. Hey, verstehe ich. Wie lange arbeitest du denn morgen? Okay, dann hast du doch vor oder nachher Zeit, ne? Okay, hey, verstehe ich. Aber, weißt du, verstehe ich. Aber, was mache ich dann? Ich bringe sie auf die Jahrschiene wieder. Das kommt nach der Zeit, aber ich sage zum Beispiel, hey Michelle, sind deine Ziele nicht das Wichtigste in deinem Leben? Doch. Okay. Denkst du nicht, dass du morgen 20 Uhr findest wieder dein Ziel und träume? Ja. Weißt du, simple Sache. Eine ganz simple Sache. Hier ist ein Flieger am rumfliegen. Das ist der Punkt, wenn dein Zimmer dunkel ist. Mein Zimmer wirklich ist seit Wochen, bin ich hier in diese Ecke eingesperrt. Das ist, so sieht mein Zimmer aus, guys. Also hier, wirklich die Rolladen sind die ganze Zeit unten. Die ganze Zeit. Das ist der Grind. Ich habe Bock, Leute. Sperrt euch ein. Das ist der really Grind. Aber das ist eine andere Sache. So, ich schau mal fern. So behalte ich den Einwand. Ich habe morgen keine Zeit. So behalte ich den Einwand. Simpel. So, wenn die Person wirklich morgen nicht kann, dann legst du es auf übermorgen. Und wenn dir ein Kollege sagt, ich kann erst am Freitag, dann sage ich immer folgendes. Okay, Michelle, ich verstehe es doch. Wahrscheinlich viel zu tun und viel Stress. Aber denkst du nicht, dass du in den nächsten vier Tagen 20 Minuten findest für deine Ziele und Träume? Weil ich meine, du brauchst ja mich, nicht ich dich. Ich mache das Ganze ja für dich. Mir kann das ja völlig egal sein. Aber ich denke, deine Ziele sind das Wichtigste für dich, oder? Ja, klar. Und du wirst doch die Ziele so schnell es geht in Erfüllung bringen, oder? Ja, klar. Denkst du nicht, dass du morgen 20 Minuten findest, vor allem, wenn es um deine Zukunft geht? Ja, eigentlich schon. Simpel. Hol diese Zustimmung ab, okay? Eine ganz, ganz simple Sache. So, so beinahe ich zu einem bei deinem First Call, um einen Follow-up auszumachen. Das ist eigentlich Komplente, oder? So, jetzt geh mal davon aus, in deinem First Call, du hast dann, Herr Neumann klug, Leonard, und Leonard fragt dich im Call, eine kurze Frage mir, oder während du deine Story erzählst, eine ganz, ganz kurze Sache. Also, was machst du denn jetzt eigentlich überhaupt? So, weißt du, was machst du denn jetzt eigentlich überhaupt? So, wichtige Sache, niemals unterbrechen lassen. Niemals unterbrechen lassen. Egal, was kommt. Niemals im Leben unterbrechen lassen. Wirklich, schreib das hinter die Ohren. Im echten Leben auch. Von mir aus, kannst du mit, kannst du als P150, mit einem Chairman 25 reden. Wenn er dich unterbricht, dann redest du weiter, oder du weißt ihm darauf hin. Das ist mir egal. Leute, ich habe offenbar das Beispiel gehabt, wo ich während Calls von einem Chairman angerufen wurde, und den abgelehnt habe, weil ich gerade einen Call habe. Chairman, hin oder her? Es geht um meine Zeit. Ich habe mir geschrieben, hey, ich kann gerade nicht, ich rufe dich gleich zurück. Fertig. Natürlich auf eine respektvolle Art und Weise. Wichtige Sache, wenn du einen Abländer nicht anrufst, auf eine respektvolle Art und Weise. Nicht schreiben, was ist, was ist los, was brauchst du? Weißt du, sei schon respektvoll, weil das ist selbstverständlich, dass eine Person nicht anruft. Nochmal Side-Fact dazu. Aber schau mal her. Deine Zeit ist das Wertvollste und kenne deinen eigenen Wert. Dein eigener Wert wird dich nicht definiert durch ein Rank im Backoffice. Lass dich nicht unterbrechen deiner Person. Niemals. Nicht unterbrechen lassen. So, im Endeffekt, sagen wir mal, Leonard fragt dich jetzt, hey Michelle, was machst du denn da überhaupt? Dann würde ich genau sagen, hey, schau mal, ich baum mir seit einem Jahr gerade im Online-Bereich mehrere Stammbeine auf, weil ich einfach vom Leben mehr wollte. Ich wollte irgendwo finanzendunabhängig sein, ich wollte der Familie was zurückgeben und ich konnte mir nicht vorstellen, die nächsten 50 Jahre lang arbeiten zu gehen. Ich denke, du wahrscheinlich genauso wenig, Leonard, oder? Ja, safe. Und ich war damals am selben Punkt wie du. Hab dann angefangen mit den Bereichen Trading, Dropshipping, Marketing und so weiter und sofort auseinanderzusetzen. Ich denke, du hast davon schon was gehört, oder? Ja, habe ich auf TikTok. Okay, cool. Schau mal, aber meine Situation, ich will dir jetzt das Ganze nicht hier erklären, weil ich habe A, nicht viel Zeit, B, über Telefonat, ich bringe das Ganze sowieso jeden Rahmen und C, ich arbeite nicht mit jedem immer zusammen. Ich will immer genau wissen, mit wem ich zusammenarbeite und ich denke, du willst ja auch nicht mit dem Vollspasten arbeiten, oder? Ja, klar, okay, 100% cool. Lass uns über das Business am Ende quatschen. Bam. Habst du das gesehen? Fertig. Ich war transparent, war offen und ich merkte immer eine Sache bei mir, ich hole mir immer die Zustimmung ab. Ich komme mir nicht vor, die nächsten 5 Jahre Arbeitszüge. Ich denke, du genauso, oder? Ja, safe. Ich denke, die ist die Persönenscheibe ja auch wichtiger, oder? Ja, safe. Dann lass uns doch am Ende über das Business reden, oder? Ja, safe. Wisst ihr? Es kommt immer auf das selbe hinaus. Ich stimme der Person immer zu, bring sie auf die Ja-Schiene und dann close ich sie. Ich close sie auf eine Idee. Wisst ihr, was das Closing eigentlich heißt, übersetzt? Du hilfst einer Person, eine Entscheidung zu treffen. Simple Sache. Das heißt Sales. Das heißt Network Marketing. Das heißt Vertrieb. Du hilfst einer Person dabei, eine Entscheidung zu treffen. Eine ganz, ganz simple Sache. So, das heißt, so gehst du, und sag mal mittendrin, sagt die Person, hey, wie viel Geld verdienst du denn? So, das ist jetzt ein kniffliger Punkt, wenn du kein Geld verdienst mit dem Business. So, ich würde dann zum Beispiel sagen, mal, ich bin jetzt an einem Punkt, sagen mal, ich bin unranked und, keine Ahnung, weißt du, ich bin unranked und ich habe im Trailer noch nichts verdient. So, ich sage zum Beispiel dann, hey, schau mal, du musst dir forschen, ich würde erst mal fragen, aber wenn die Person sagt, hey, wie viel hast du bis jetzt schon verdient? Ich würde sagen, hey, eine Comlet, wieder zustimmen. Hey, ist eine Comlet berechtigte Frage. Mich würde aus Neugier interessieren, wieso fragst du das? Ich denke aus zwei Gründen. Erstens, bist du skeptisch. Zweitens, willst du die richtige Erwartungshaltung für dich haben, oder? Ja, klar, ich will wissen, was du möchtest in einem gewissen Zeitraum. Okay, schau mal, ich sage es dir einfach nur so viel, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr in dem Ganzen am Start, ich komme mich persönlich auf ein komplett neues Level heben, habe mir Connections geknüpft, konnte auch einiges in meinem Leben bewirken, sei es in meiner Persönlichkeit. Bis jetzt verdiene ich wenig, bis kaum was, aber ich bin auf dem besten Weg zu meinen Zielen und er sagt, Jan, ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Person mit mir durchzieht, auf dem selben Weg sein wird, weißt du? recht simpel, das Ganze ist ein Business und ich werde dir auch eine Sache sagen, Michel, der Grund, warum viele Menschen draußen scheitern und Online-Geld verlieren, ist aus einem einzigen Grund und zwar simpel, Online erzählt dir keiner davon, dass Dropshipping nur im amerikanischen Markt verbreitet ist. Keiner erzählt dir davon, dass du für Dropshipping einen höheren Kapitalaufwand brauchst als für andere Bereiche. Keiner erzählt dir davon, dass du das Risiko hast im Dropshipping, deine Spreadhour, dass du das Risiko hast im Dropshipping, dass du hunderte von Euro im Monat an Werbung zahlen kannst und komplette Leerläufe hast. Keiner erzählt dir von den Risiken. Wenn du was von Trading siehst, keiner erzählt dir davon, was sie riskieren bei ihren Trades. Keiner erzählt dir davon, was sie getan haben, wie hart sie gearbeitet haben. Du siehst die ganze Zeit nur die Spitze des Eisberges, aber keiner zeigt dir den Berg, oder? Ja, safe. Denkst du dann nicht, dass es wäre sinnvoll, sich anständig zu informieren bei Leuten, die sich auch wirklich langfristig was aufbauen? Ja, 100%. Hey, cool, dann bist du bei mir richtig. Fertig. Wir haben es ja sowieso auf dem Recording, deswegen könnt ihr euch da sowieso mehrmals reinziehen. Aber so habe ich da was geändert. Lebi, kennt ihr doch, ne? Ich habe Lebi kennengelernt, aber ich Pio und Fifty. Lebi meinte, wie viel Geld verdienst du? Und ich habe genauso geantwortet. Ich meine, hey, das ist ein Business, das Game ist langfristig, und es ist einfach so. Wo ist es denn normal, nach drei Jahren 10k passiv zu verdienen mit einem Rank? Wo ist es normal? Nirgendswo. Wo ist es normal, so viel Geld passiv zu verdienen? Und es ist immer noch skalierbar. Immer noch skalierbar. Wo ist der Scheiß normal? Guys, wir haben ein Recording leider. Leute, stoppt das kurz. Leute, wo ist es normal, dass ein Florian Abele mit einem... Es hat sich für ihn gelohnt. Am liebsten würde ich jeden Menschen draußen wachrütteln und ihm sagen, heilige Scheiße, du verpasst hier gerade etwas. Du gehst 40 Stunden in der Woche am Arbeiten für 2k im Monat und denkst, das ist der Shit. Heilige Scheiße, Mann. Weißt du, was ich meine? So wirst du reagieren müssen. So eine Confidence wirst du haben müssen. Auf so einem Niveau, auf so einem Level. Guys, das ist geisteskrank. Das ist crazy. Bis dahin, guys. All von der Trucker Posture. Das sind eigentlich so die einzigen Einwände, die man eigentlich hat, oder? Wie viel Geld verdienst du? Und solche Dinge, oder? Wie viel Geld verdienst du? So, jetzt gehe ich nur kurz auf ein paar Chats ein, da sind wir auch durch mit dem Coin. Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt im Chat eine Person, die sagt, ähm, hey, das Ganze, sag mal, Max will verwischen den Vorderbappen. Und die Person sagt, hey, ähm, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich gebe dir später Bescheid. So. Ich mache dann direkt eine Memo, ich sage, okay, schau mal, ich nehme mich direkt für eine andere Person die Zeit, ich bin kein großer Fan von Spontanität und meine Zeit ist mir sehr wertvoll. Gib mir gerne, ob du das Ganze ernst meinst oder nicht, weil ich meine, es geht hier um dich und nicht um mich. Fertig. So. Stell dir mal vor, eine Person sagt dir, ähm, du holst mich nicht, die Person sagt, ich kann heute nicht. Wisst ihr, was ich darauf antworten würde? Okay. Ich würde keinen neuen Termin mitgeben. Warum denn? Eine Person, wisst ihr, ich habe keinen Bock auf so eine Person in meinem Business, die einfach nur trocken schreibt, ich kann heute nicht. Damit zeigt sie mir, dass sie mir keine Respekt, dass sie mir nicht mit Respekt begegnet und eine Person, die meine Zeit nicht respektiert, wird auch nicht ihre eigene, weil eine Person, die, guck mal, wenn deine Zeit dir wertvoll ist, wirst du auch die Zeit von einer anderen Person wertschätzen. Das ist immer so. Das ist immer so. Die Person sagt mir, dass ihre Zeit nicht wertvoll ist, deswegen zeigt sie mir, sogar wenn sie starten würde, würde sie die Einarbeitung nicht wertschätzen und sie wären nur eine Verbindlichkeit. Eine Verbindlichkeit ist, du hast einen Partner, du startest ihn auf Krampf und du merkst, ey, der geht nicht all in, der macht rein gar nichts. Der ist ein fauler Sack Kartoffeln, der macht überhaupt nichts, der ist einfach nur komplett faul. Okay, der ist einfach nur komplett faul. Deswegen will ich dir, deswegen will ich dir genau das mitgeben und sage, schau mal her, wenn du merkst, Leute schreiben einfach nur trocken, ich kann nicht. Okay, say, next, den kannst du immer reprospekten, Sinem kann dir ein Buch von schreiben. So oft Leute, die so komisch waren, dann immer wieder First Cross gab, ich glaube, Aliyah wurde reprospektet, oder? Du musst nur nicken. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ist das die Antwort? Wieso könnt ihr nicht nicken, Freunde? Sie hat sich selber reprospektet, ja wunderbar, umso besser. Krass. Das heißt, sie kam sogar selber auf sie nochmal zu. Wunderbar, Freunde. Okay, easy guys. Das heißt, im Endeffekt, die Leute, die euch jetzt nein sagen, sagen die nicht immer nein. Warum denn? Leute, ich habe schon so viele Kollegen gehabt, die auf mich zukamen, gesagt haben, Tarek, damals war es, Tarek, lass die Finger davon. Tarek, das ist alles ein Scam. So, danach hieß es, hey Bro, zieh durch, Mann, ich glaube an dich. Jetzt heißt es, hey Tarek, wie verdienst du gerade online dein Geld? Hey Tarek, ich habe immer schon eben gesagt, dass du weitermachen wirst. Was denkt ihr, wie es in ein, zwei Jahren aussehen wird? Leute werden sagen, hey Tarek Bro, ey, kann ich auch da starten, was du machst? Hey Tarek, das ist schon bei mir so, das ist bei dir genauso, oder? Das ist Network Marketing. Menschen glauben es nicht, bis sie es sehen. So ist die Gesellschaft, so ist die Gesellschaft, so ist die Gesellschaft einfach aufgebaut. So ist die Gesellschaft einfach aufgebaut. Eine ganz, ganz simple Sache, okay? Das heißt, sagen wir mal über den Chat, was gibt es noch für Einwände, Guys? Jobs gerne, kennt ihr welche? Einwände, habt ihr welche im Kopf? Habe einfach nur die Hand, weil dann kannst du direkt im Sturm, da müsst ihr nichts reinschreiben. Gibt es noch irgendwelche komischen Chats auf Insta oder auf WhatsApp, mit denen ihr gerade nicht klarkommt? Einfach nur die Hand heben, dann kann ich nicht dummischwächtig direkt. Okay, mein Shaker ist undicht. Schon scant. Wunderbar, Guys. Dann gibt es anscheinend keine. Da geht es in ein Loch unten. Keiner weiß. Andere Geschichte. Okay, Guys, das sind eigentlich die Punkte. How to edify, how to first call, wie du die Einwände generell behandeln, ist. Es ist simpel, Guys. Ich gebe dir die Aufgabe mit, ab diesem Call, mach bei jedem Follower, bei jedem, mach bei jedem Follower, mach bei jeder, bei jeder Präse, die du hast, wenn du auf einem Opportunity Event bist, mach Notizen, wie der Speaker präsentiert. Ich habe so viele Notes davon. Mach Notizen davon, wie eine Person präsentiert, wie eine Person Einarbeitung macht. Mach Notes davon. Warum denn? Vertrau mir, irgendwann musst du selber die Dinge tun und dann hast du es auch viel, viel leichter. Okay, Guys, weil je mehr Fahndwür übernehmen, desto mehr werden wir verdienen. In dem Sinne würde ich den Call auf dem Vorbänden statt.